Hallihallo, liebe Rambazamba TV-Freunde! Video-Deal-Zeit! Ihr habt schon gesehen, Hyundai, wir verkaufen keine Autos, sondern wir verkaufen heute einen Mega-Zyklon-Sauger vom Allerfeinsten mit effizienter Hochturbo-Technologie mit zwei, vier, fünf, sechs extra Düsen für Mega-Saugkraft. Beim Staubsauger kommt es ja nicht immer nur auf die Wattzahl an, sondern auf die Saugleistung. Und der hat richtig Bums, der hat den Topf hier vorne, den Zyklon-Topf und hat hier hinten dann den ganzen Motor abnehmbar. Das ist ein komplett geschlossenes System mit richtig, richtig Mega-Power. Schau es dir an, hier steht es immer drauf, Zyklon und natürlich extra-strong Superpower. Und das Schöne ist, wir haben hier ein Kabel dabei, das Ganze ist, einmal gucken, ich glaube, acht Meter lang, ne? Acht Meter, da kommt man schon mal weit mit. Ähm, guck mal her, ich mach mal hier in die Steckdose hier vorne, zack rein, dass man auch mal hört und sieht. Also das Ding hat richtig Power, ja? Jetzt machen wir noch mal hier das Ganze dran. Auch erst mal, bevor wir dazu kommen, schau mal hier. Wir haben hier eine, eine verstellbar und das ist, kann man es hören, Aluminium. Das ist Metall. Zusatzdüsen, Bodendüse, alles dabei. Zyklon-Technik, haben wir gesagt. Und jetzt einmal hier wieder einrasten, zack und ran. Obendran haften, Stecker ran und jetzt könnt ihr mal sehen, wie das abgeht hier. Das Ding geht richtig ab. Also der saugt auch richtig was. Ja? Also man kann auch hier, das Ding ist was richtig dummes. Und man merkt schon, auch hier unten, da kommt richtig was an. Ja? Also es ist nicht irgendwie so ein Spielteil. Er kostet online 70 Euro, billigster Preis. Wir haben im Deal 59,99 und es gibt einen Versandkosten-Spaß-Linderungsbeitrag. Was ist der hier? Das ist ein Nass-Trocken-Akkusauger von der Firma Max-Me. Guck mal, mit umfangreichem Zubehör, Ladekabel, jede Menge Zubehör dabei und Nass-Trocken. Ein Nass-Trockensauger, auch der, man hört, hat Wumms und man kann für zwischendurch überall mal so ein bisschen. Ja? Das Zwischensaugen. Der kostet online 25 Euro. Und den gibt es einfach gratis, umsonst geschenkt, oben mit dabei. Das heißt eigentlich, was hast du dann für den Storbsauger bezahlt? Den gibt es dabei, 9,50,99. Oben unten, hinten vorne klicken und beides kommt zu dir. 9,50, 9,90. Tschöö.